Hallo zusammen! Wie ihr gesehen habt, schlecht tanzen kann ich besonders gut. Heute bin ich wieder für euch da mit einem ganz spannenden Thema oder eine spannende Frage, die mich schon länger beschäftigt hat. Und zwar geht es heute um die Bandscheiben und ihre Funktionen. Bisher ist mir immer davon ausgegangen, dass Bandscheiben als Stoßdämpfer fungieren und unser Gewicht verteilt tragen. Ich halte dieses Erklärungsmodell für überholt. Der Begriff Wirbelsäule, wenn man den mal auseinanderklamüstert für sich, beinhaltet ja schon das Wort Säule. Dies kommt eigentlich noch aus der Zeit, als wir Erklärungsmodelle von Bauten auf die Biologie übertragen haben. Die Wirbelsäule besteht aber eigentlich aus einzelnen Gliedern, weshalb wir sie eigentlich eher als Gliederkette bezeichnen sollten, als als Säule. Die hauptsächliche Aufgabe der Bandscheiben besteht für mich, also meiner Meinung nach, in der Bewegungsfunktion und eher als Notfallstoßdämpfung. Wenn es dann wirklich mal zu einer harten Kompression kommt und die anderen Strukturen versagen, dann müssen die schon ein bisschen Druck übernehmen. Im Klartext ermöglichen uns eigentlich Bandscheiben Bewegungsfunktion und zwar Beweglichkeit in alle Achsen. Nur als Beispiel ist ja ganz logisch, das erklärt ja auch, warum Fische ebenfalls Bandscheiben besitzen, obwohl sie offensichtlich ja keinen Stößen ausgesetzt sind. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ein Fisch die ganze Zeit irgendwo gegen eine Mauer schwimmt oder gegen einen Stein. So, jetzt ist aber die Frage, wenn die Bandscheiben hier keine Dämpfungs- oder Stoßdämpffunktion besitzen, wer macht das dann eigentlich? Genau, und hier kommt jetzt eben die Form der Wirbelsäule, also die S-Form, die wie eine Feder so rum, so ist richtig, quasi geformt ist. Die Muskulatur, die Faszien und vor allem auch die komplexe Verspannung der Bänder ins Spiel. Und diese fungieren in ihrer Gesamtheit als Stoßdämpfer. So, es gibt aber ein Erklärungsmodell, weil wenn wir das alte oder wenn es veraltet ist, wie erklären wir uns das dann? Das meiner Meinung nach momentan am nächsten an das komplexe System Wirbelsäule herankommt. Es ist nie immer vollumfänglich beschreibend, aber wir versuchen uns immer irgendwie anzunähern mit diesen Erklärungsmodellen. Und dieses besagte Modell nennt sich Tensegrity-Modell. Woher kommt dieser Begriff oder wie setzt er sich zusammen? Das Wort Tensegrity setzt sich aus dem Wort Tension, übersetzt für Spannung, und Integrity für Ganzheit zusammen. Genau. Und im Prinzip müssen wir uns also unsere Wirbelsäule, wie gesagt, vorstellen wie eine Gliederkette, die durch elastische Ligamente, also Bänder, verbunden ist. Die verhindern, dass Druckelemente, in diesem Fall die Wirbelknochen, das sind Druckelemente, so wie Granitsteine in einem Gebäude eben. Deswegen ist man oft davon ausgegangen, dass der unterste die meiste Last trägt und so weiter und so fort und nach oben immer weniger. Genau. Und diese Druckelemente oder die Bänder verhindern, dass diese sich berühren. Das würde auch erklären, warum es zum Beispiel Patienten gibt, die mehrfache Bandscheibenvorfälle haben und eigentlich wenig bis keine Beschwerden aufweisen. Ja, also von denen die Röntgenbilder, CTs oder MRT, Sie sehen wüscht aus. Also richtig schlimm, aber die haben eigentlich wenig bis keine Beschwerden. Und dann gibt es Leute, die haben nichts, was man knöchern feststellen könnte und die haben massive Beschwerden. So. Und jetzt könnte man sich aber auch fragen, wenn wir sagen, warum haben dann eigentlich die meisten Menschen, ja, wenn jetzt der unterste doch nicht den ganzen Druck alleine trägt, trotzdem im Bereich L4, L5 oder L5S1 ihren Bandscheibenvorfall. Das ist meiner Meinung nach Haltungsschäden geschuldet. Und zwar durch das viele Sitzen. Ja, war ja irgendwann mal das Unwort des Jahres, toxisches Sitzen. Ja. Und wenn diese Bandstrukturen durch diese permanente Nichtbelastung oder Fehlbelastung natürlich locker wird, ja, dann ist sie auch nicht mehr in der Lage, sage ich mal, den Stoß zu dämpfen. Und dann überträgt sich das Gewicht auf die Bandscheibe und langfristig ist sie nicht für diesen Druck ausgelegt und dann geht sie kaputt. Natürlich gibt es auch Fälle, wo durch auf dem Bau und Überbelastung und zu viel Gewicht tragen und so weiter und so fort auch dazu führen können. Das wäre dann einfach eine Überlastung der ligamentären, muskulären oder faszialen Strukturen. Genau. Um das mal schnell aufzuzeigen, habe ich hier so ein kleines Modell, ja, wo man einigermaßen gut erkennen kann, hat ein netter Mann selber gebaut, der etwas Ahnung hat, wie man sieht, dass auch ohne Bandscheiben diese Struktur quasi durch die komplexe Verspannung gehalten wird. Ja, und wenn jetzt Druck aufkommen würde, würden die Ligamente und die Muskeln quasi diesen Stoß dämpfen. Gut. Jetzt hat man mal ein Bild dazu. Ist vielleicht etwas einfacher, um sich das vorzustellen. So, was nützen uns jetzt diese Informationen eigentlich? Ziemlich viel, würde ich sagen, weil normalerweise denken die Menschen, wenn sie einen Bandscheibenvorfall hatten, dann ist das Leben vorbei. Ja, dann kann man keinen Sport mehr machen oder kann man gar nichts und dann ist einfach fertig. Ja, oh, hoffentlich ist nicht die Bandscheibe nicht die Bandscheibe, sonst habe ich verloren im Leben, ja. Und das stimmt einfach nicht, ja. Betrachten wir den Zustand eben aus der Warte des Tensegrity-Modells, oder? Dann versteht man auch, wieso es Sinn macht oder warum man solche Problematik natürlich konservativ sehr gut behandeln kann, ja. Also, wenn ich die strukturelle Integrität, ja, oder beziehungsweise der Ligamente, der Faszien, der Muskeln wieder verbessere, ja, dann nehme ich natürlich auch den Druck von der Bandscheibe runter, die ja nicht so wirklich dafür ausgelegt ist und kann eine Schmerzfreiheit erreichen, ja. Man sagt ja nicht umsonst, Form folgt Funktion oder auch use it or lose it. Wenn wir es also schaffen, die Funktion dieser Ligamente an Verspannungen, Muskelnfaszien, wie schon besprochen, zu verbessern, sind wir eben in der Lage, etwaige Symptome und Stabilitätseinbußen, ja, zu kompensieren oder oft sogar zu revidieren. Genau. Und ich finde diese Möglichkeit fantastisch, ja. Es ist wirklich fantastisch. Also, dass man dann nicht sagen kann, ja, das ist jetzt für immer kaputt, man hat verloren, sondern man hat wirklich selber die Möglichkeit, dort einzugreifen und seine Lebensqualität enorm zu verbessern. Genau. Und ja, ja, das war eigentlich, dass wir haben das Hauptthema bearbeitet. Wir wissen jetzt, was Bandscheiben machen und wir wissen jetzt auch, dass wir uns durch Training in eine schmerzfreie Zukunft verhelfen können. Genau. Also ich hoffe, ihr findet dieses Thema genauso spannend wie ich und bedanke mich natürlich herzlich fürs Zuschauen und wenn ihr mehr sehen wollt über solche Sachen, schreibt es mir in die Kommentare oder ihr könnt auch gern mal Fragen stellen oder mal ein paar Themen auch ansprechen, die euch mal interessieren würden. Also, wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!